Schneile macht Doktorspiel. Digga, was ist das für ein Thumbnail, bitte? Junge, was generell ich auf die Thumbnails noch gar nicht gesehen bisher. Hör deinen First Show. Ach, du Scheiße, Digga. Was sind das für wilde Thumbnails? Wenn die nochmal besser umgesetzt sind, dann ist das richtig fern. Ich hab dich noch gar nicht abonniert, Alter. So, Moment. Cringe von mir. Ich hab Ikan einfach gar nicht abonniert. Erstmal Ikan abonnieren. Leute, ihr abonniert jetzt alle Ikan. So, der macht Bestoffs von mir. So, einmal alle reinzummen bei Ikan, okay? Das Barbie Bestoff... Digga, dieses Thumbnail. Was ist das für ein Thumbnail, einfach? Und er hat den Short gemacht, den kenn ich gar nicht, oder? Schneide uns deine Lebensgeschichten, bitte was? Oh, das hab ich so abgefuckt, ne? Heute Morgen wurde bei mir geklingelt. Also wirklich so um... Heute Morgen um elf einfach, ne? Und es sollte ein Paket abgegeben werden, was vorher nicht angekündigt wurde. War klar, dass es irgendwann so um die Zeit kommt, ne? Dann hab ich halt... Ich bin halt direkt aus dem Bett gesprungen, direkt irgendwie was übergeschmissen und sowas. Einfach damit ich halt nicht... John Cena einfach war... Ach, Digga. ...und ich halt irgendwie die Tür aufmachen können. War zu spät. Er war schon wieder weg. Und das ist so eine Scheiße. Also mir wurde um acht Uhr mit einer SMS geschickt. Okay, wahrscheinlich hätte ich jederzeit wach sein können, wie jeder normale Mensch auch. Bin ich aber nicht gewesen, okay? Also ich hätte wach sein können, aber angenehm, ich wäre arbeiten gewesen. Dann hätte mir das auch nichts gebracht. Alles aus dem Video sogar. Digga, ist das grandios. Ist das grandios. Es ist also anscheinend ein Best of 2 NSMBU, aber der Boden ist Lava. Das ist sehr schön. Ich hab schon mitgekriegt, dass er dazu irgendwas macht. Junge. Okay, das gucken wir uns auch irgendwann nochmal an. Das gucken wir uns auch irgendwann nochmal an, aber nicht jetzt. Ikan is back. Let's go! Ich hab mega sauer. Das musst du auch nicht sagen. Ja, nee, ey. Boah, ist das alt, das Video. Damals habe ich mit Merle, meiner damaligen Freundin, habe ich Mario Maker gespielt. Wir haben uns so übertrieben, wir sind so übertrieben geraged. Wir haben uns die ganze Zeit beleidigt einfach. Vor allem in den Kommentaren alle so, oh mein Gott, wie redest du mit deiner Freundin? So, egal, das war der normale Umgangstum bei uns. Das war perfekt so. Das ist auch noch heute so, obwohl ich nicht mehr zusammen bin. Das muss so sein. Ich hab mega sauer. Das musst du auch nicht sagen. Ja, nee, ey. Scheiße. Ich hab sechs Mütze verloren. Oh, Mann. Digger, wie lange geht das? Ikan, wie lange geht das? Ist das so das Intro, oder? Digger, was ist das? Also. Das ist ein Intro, Alter. Was da steht da, was stand da, was stand da? Schneider hatte das technische Problem. Ach, nee, hatte ich nie. Bezüglich seiner Cam. Also leider nur ein GIF von ihm zum Teil. Er spielt übrigens NSMBU, aber der Boden ist lava. Was war ich damals das Problem? Bei NSMBU, aber der Boden ist lava. Warum war die Cam so? Warum hat die Cam ständig Faxen gemacht? Hab ich das dann rausgekriegt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Was war denn das Problem damals? Ich sehe bei der Cam keinen Unterschied. Ich wollte gerade sagen, ich imitiere es einfach ein bisschen. Das fällt euch gar nicht auf. Oh, das habe ich so abgefuckt. Heute Morgen wurde bei mir geklingelt. Also wirklich so um... Okay, das habe ich ja gerade schon gesehen. Keine Ahnung, weil ich... Das ist so eine Scheiße. Also mir wurde um... Okay. Ich mag den Song. Ich mag den Song sein können. Aber angenommen, ich wäre arbeiten gewesen. Dann hätten wir es... Das wird richtig schlimm. Das wird ein richtig schlimmes Video. Schöner Song. Ich mag den Song. Oh Gott. Ich glaube, ich habe so viel mitgesungen einfach bei irgendwelchen Songs. Aber im Nachhinein wurden die Songs immer rausgefiltert. Ich glaube, das wird richtig peinlich. Ich muss noch ein paar immer öfter hören, aber ich glaube, der gefällt mir sehr gut. Was machst du bei Trinken? Ich trinke, actually. Wer hätte das gedacht? Oh, diese Fragen immer. Oh, ein Brä, der leuchtet. Der leuchtende Brä. Aber wo fällt Bro, da machst du die Musik drunter? Das ist halt die Sache. Ich habe damals den Ingame-Submit ja ausgeschaltet. Habe den aber mit aufgenommen, soweit ich weiß. Aber im Stream lief die Musik. Also lief Spotify-Musik so. Aber in der VOD war die halt nicht mehr zu hören. Deswegen ist es jetzt so awkward still einfach die ganze Zeit online. Der leuchtende Boss. Ja, das ist nicht so schwer tatsächlich. Ich kann, wo ist die Musik? Wo ist die Hintergrundmusik? Ich wusste gar nicht, dass es ein Logo dazu gab, ehrlich gesagt, zu dem Game of the Mod. Wenn man für Mathe eine Stunde gelernt hat, aber trotzdem eine 5 schreibt. Ja, schade. Obwohl ich eine Stunde gelernt habe, krass. Was habe ich gesagt? Okay, hat nicht funktioniert, schade. Ja, okay. Ja, Hundesohn. No front. Ich habe 100 Tage Mario-Film. Ich war verrat und das ist passiert. Das ist passiert. Genau. Digga, wie alt das schon ist. Hä, da hatte ich 65.000 Abos? Digga, ich habe heute 79.000. Was zur Hölle? Genau. Um euch auf jeden Fall ein Video zu machen. Das ist jetzt doch irgendwie gerade zu schnell. Digga, was zur Hölle? Ich habe eine Gauzeit, um den Bonk-Sperm einzuplanen. Macht es doch einfach, wenn ihr euch danach fühlt. Das ist nicht sinnvoller. Okay. I have achieved comedy. Das zu schneiden wird witzig. Aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Doch, es wird richtig schlimm. Es wird richtig. Ich sitze bis heute noch an diesem Projekt. Ich meine, ich lasse mir nicht viel Zeit dafür. Aber ich mache es meistens halt nicht. Also ich lasse dieses Projekt einfach wochenlang liegen. Aber ey, das ist anstrengend zu schneiden. Wenn ein Cutter das übernehmen müsste, wäre halt ein Traum. Hallo? Bosscock. 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 Warum Bosscock? Bisher? Ja, also offensichtlich. Was denkst du denn? Ich weiß, ich habe tatsächlich, gerade unter den Animal Crossing Videos sind einfach ein paar Rentner dabei. Das ist kein Scheiß. Oh, dieser Schneile hat ja ein neues Animal Crossing Video hochgeladen. Schau mal die Bubis an. Holy crap. Aber Jungs, das ist halt, oh mein Gott, das ist so awkward. Ich denke mir, bei so vielen Stellen, wenn wirklich so Omis meine Videos gucken, das ist kein Scheiß bei Animal Crossing. Ich habe schon so viele Kommentare von irgendwelchen Rentnerinnen, meistens Omas bekommen, so. Die einfach gemeint haben auch, dass sie gar nichts von, dass sie voll viel nicht verstehen, weil es alles so, ach diese Jugend, so. Aber halt, dass sie es irgendwie ganz nett finden und dass es irgendwie sympathisch ist. Und ich denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, welche Omas gucken denn YouTube und dann auch noch Gaming-Content. Aber ja, Animal Crossing ist wahrscheinlich das Spiel für Omas, ne? Aber es ist so, oh Gott, das ist so unangenehm. Es ist so unangenehm, weil ich daran denke, dass da irgendwelche Omas sitzen, die so vielleicht zwei Prozent des Inhalts des Videos checkt, weil ich nur die ganze Zeit in Jugendsprache rede, so viel am Fluchen bin und weiß ich nicht, einfach so viel Scheiße labere. Das ist immer so ein bisschen ganz, ganz komisch irgendwie. Zuschauer? Ich kann mir nicht vorstellen, unter sieben Jahren, oder? Wahrscheinlich bestimmt gibt es das da draußen. Das ist so gruselig, ab welchem Alter auch Kinder heute. Rund 21 Prozent der sechs- bis neunjährigen haben in Deutschland, äh was, in Deutschland besitzen bereits sein eigenes Smartphone. Dicker, nee, nee, echt nicht. Zu Tage Smartphones haben wir uns, oder Tablets und sowas, ne? Aber alles unter sieben wäre schon echt... Digga, wie sieht Abo da aus? Abo sieht einfach echt aus. Abo sieht echt aus wie der größte Allmann einfach. Junge, Abo, wie siehst du hier auch? Von wann ist dieses Bild überhaupt? Digga, wie... Alles unter sieben wäre schon echt weird irgendwie, ne? Safe, so ein Dreijähriger, das wäre schon sehr gruselig. Jetzt passt auf, passt auf, passt auf, passt auf. Nee, ich kann... Nee, ich kann, geht gar nicht fit, Alter. Das geht gar nicht fit. Nein! 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 Was, was, was? Oh, es war so klar, dass es passieren wird. Was, was, was? Oh, tut das weh, tut das weh. Aua. Ich weiß, welches Level das ist. Da fliegen Cheepcheeps rum. Achso! Achso! Deutsch, bitch. Sprechen Sie Deutsch, bitch. Das ist das für ein Video einfach. Denkt ihr, dass schnell unter 750 Toten bleiben wird? 1200 war es am Ende, ne? Ich glaube, 1200 waren es am Ende. Ah, ich darf nicht sch... War es 1264? War es 1264? Hab ich es richtig gesehen? Ich glaube, ich weiß es auch noch. Ja. Ah, ich darf nicht sterben. Achso, ich darf nicht sterben, hä? Ja, hab ich das die ganze Zeit falsch verstanden. Danke. Wir machen Doktorspiele. Bei denen, nicht die Doktorspiele. Diese Edits sind so dumm. So ein bisschen Geräusch. Ich hasse... Ich hasse liebe dieses Video. Okay, aber mit genug Anlauf kann ich... Hier, dann mache ich auch diese Trickjump... Trickjump. Ich kann weit genug fliegen. Voll verkackt. Wer hätte es gedacht, wer hätte es gedacht. Oh, Junge, was stand da jetzt schon? Nein, Stopp, was stand da jetzt schon. Digga, ich habe diese ganzen kurzen Einblendungen. Warum? Junge, spring doch ab. Was ist mit dir? Obwohl, nochmal die anderen Eingänge. Katja ist eine Ehrenfrau. Bitte was? Hm? 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 Auge vom Tiger. Junge, das ist doch... Digga, das ist... Also, ich weiß, ich kann auch mir schon auf Discord geschrieben. Junge, was hast du in diesem Projekt für Sounds gemacht? Jetzt weiß ich, was er meinte. Jetzt weiß ich, was er meinte damit, Digga. So eine Sche... Auge vom Tiger. Auge vom Tiger. Versteht ihr, wegen der wirkt doch locker eine Tonne. Ja, lustig, Alter. Junge, das ist doch so eine Scheiße, wirklich. War es Duisburg so eine Scheiße? Ist es das? Keine Ahnung, Digga. War ich schon mal in Duisburg? Ich glaube nicht. Ich will meinen Penis in die Steckdose rein. Jetzt bin ich ein Tesla und deine Oma will meine Steckdose sein. War das Hunde-Freestyle? Ich glaube, das war Hunde-Freestyle, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich habe mir das hundertprozentig nicht ausgedacht. Ich habe es irgendwie nur rezitiert wahrscheinlich. So, Eis, 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 Eis. Oh, Lacrimus, hast du guter, hä? Oh no, was kommt jetzt? Ich kann es wirklich denken. Das ist ein Vollidiot. Oh, Junge. Oh, mein Gott. Aber warum? Ach so, okay. Oh, Junge, Deutschland, wo ist das Problem, hä? Schmerzen und Wale. Genau. Wale, Qualen und, äh... Wale. Sch-Schwertfische, Wale und Qualen. Was labere ich da? Digga, was habe ich denn da gelabert? Hä? Ich kann ja jetzt voll mit relaten. Ich weiß damals noch, als, warum war das denn? Als, äh, aus irgendeinem Best-Dorf von Hübi oder so, wo er irgend so eine dumme Scheiße gelabert hat und er hat im Nachhinein so gesagt, was labere ich denn da? Er hat sich überhaupt nicht mehr wiedererkannt und ich frage mich hier gerade auch, was habe ich denn da geredet einfach? Was habe ich hier gesagt? Sch-Schwertfische, Wale und Qualen. Gut. Was? Was war der Kontext? Was war der Kontext dazu? Ich warte auf ein Best-Dorf-Schneile. Dann macht doch, Ikan. So. Spätestens jetzt sollte ich eure komplette Aufmerksamkeit für dieses Video haben, die ich auch in diesem Video wirklich mal brauche. Abonniert den Kanal oder ich scheiße euch vor's Haus. Macht das. Abonniert Ikan. Ich will dieses Level nicht mehr spielen. Wirklich, was ist das denn? Wie lange hängen wir hier schon dran? Ich kann nicht mehr. Das ist so eine Scheiße. Wirklich. Fuzzy-Felsen. Fick den Fuzzy-Felsen, Alter. Schöne Alliteration, oder? Schöne Alliteration. War das dieses so Fein-Fein-Jesus-mäßig? Ja, ja, genau. In der Höhle des Stachelfisches bedeutet er. Die Höhle in der Stachelfisches. Die Höhle in der Stachelfisches. Hörst du jetzt einfach auf? Hörst du jetzt einfach auf? Ja, ich hör jetzt einfach auf. Ist krank, ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen und denkt immer dran. Eher, es geht gar ab. Was ist das denn? Junge, was ist das für ein dummes Video? E-Kann, das ist großartig. Das ist großartig. Vielleicht ist Pacing noch einen Ticken erhöhen. Und wie gesagt, Musik drunter legen. Das ist, glaube ich, noch lustig. Aber, Junge, was ist das für eine Clip-Auswahl allein? Das ist großartig. Das ist toll gemacht. Das ist richtig schön. Habt ihr ja schon alle E-Kann abonniert? Ich möchte jetzt hier die 100 Abonnenten eigentlich sehen. Geis. Komm rein da. Alle rein da. So, das ist wunderschön. Das ist wirklich, wirklich wunderschön gewesen. Danke. E-Kann abonnieren und Socken inhalieren. Genau, Socken inhalieren, ganz wichtig. Am besten auch noch, wenn sie getragen werden. Aber, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Und ich habe auch keinen Bock zu warten. Ich will jetzt einfach Theotica zocken wie so ein Süchtiger, okay? Jetzt Theotica.